Hallo im zweiten Tutorial zum Portal der Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann. Du hast bereits erfahren, wie das Portal aufgebaut ist und wie du darin nach Zeitungen suchen kannst. Mit den Buhlschen Operatoren, Trunkierung und Maskierung bist du ebenfalls vertraut. Also sehen wir uns jetzt an, wie du dein Wissen für die erweiterte Suche einsetzen kannst. Im Portal findest du prominent in der Mitte platziert die Suchfunktion in den Texten aller OCR-indizierten Zeitungen. Achtung! Nicht alle Zeitungen im Portal Tessmann Digital sind OCR-indiziert. Du durchsuchst hier nur einen Teil der gesamten Texte. In der alphabetischen Liste der Zeitungen kannst du sehen, für welches Medium der OCR-erkannte Text verfügbar ist. Probieren wir die Suche einmal aus. Wenn wir die Begriffe Impfen, Pocken eingeben, so erhalten wir eine sehr große Trefferanzahl. Beachte, bei dieser Anfrage werden beide Begriffe abgefragt. Ich erhalte also Treffer zu Impfen einerseits und Pocken andererseits. Die Treffer sind aber nicht miteinander verknüpft. Vermutlich sollten wir die Suche etwas einschränken. Dies kann anhand der Filteroptionen passieren. Wir sehen links neben unserer Trefferliste weitere Filteroptionen. Bei Medienart sollten Zeitungen vorausgewählt sein. In Klammer werden die Treffer insgesamt zu deinen Suchbegriffen angezeigt. Unter Name kannst du eine bestimmte Zeitung auswählen, in der mindestens einer der Suchbegriffe vorkommt. In Klammer wird angegeben, wie viele Treffer im jeweiligen Medium markiert sind. So sind bei unserem Beispiel Impfen, Pocken in der Alpenzeitung 127 Treffer zu sehen. Wählst du eine Zeitung aus, werden die Artikel gezeigt, die die gesuchten Begriffe enthalten. Du kannst den einzelnen Artikel lesen und kommst über die Trefferliste zurück zu den anderen 126 Treffern zu deinem Suchbegriff. Um deine Suche nach Datum einzuschränken, kannst du die Optionen Erscheinungsdatum oder Erscheinungszeitraum wählen. Hier kannst du zum Beispiel den Zeitraum für 1922 bis 1932 wählen. Die Trefferliste zeigt dir dann unterschiedliche Zeitungen an mit Treffern im relevanten Zeitraum. Die Anzahl der Treffer wird auch hier in Klammer angegeben. So kannst du deine Suche sinnvoll auf einen bestimmten Zeitraum, also zum Beispiel auf die 1920er Jahre einschränken. Darüber hinaus kannst du nach Orten, Personen oder Organisationen filtern. So erhältst du Treffer, die mit deiner ursprünglichen Suchanfrage, also zum Beispiel Impfen, Pocken, in Verbindung stehen und sich jeweils auf den gewählten Ort, die gewählte Person etc. beziehen. Beachte, auch hier werden nur Treffer angezeigt, die in den Texten der OCR indizierten Seiten vorkommen. Ähnlich wie in der digitalen Bibliothek der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol, kannst du auch auf Tessmann Digital gezielt nach Begriffen suchen, in denen du die Bullschen Operatoren anwendest. Für einen Überblick zu Suchfunktionen und Operatoren kannst du direkt neben dem Suchfeld auf das Icon I und erweiterte Suche klicken. Hier gibt es eine Anleitung zu den unterschiedlichen Suchfunktionen auf Englisch. Während die unspezifische Suche nach Impfen beispielsweise 1314 Treffer ergibt, kann man mit dem Bullschen Operator end nach spezifischen Treffern suchen, in denen sowohl Impfen als auch Pocken vorkommen. Es gilt zum Beispiel zu berücksichtigen, dass der Begriff impfen alle Wortbildungen des Stammes impf, die nicht mit dem Suffix n-enden ausschließt. Deshalb kann es hilfreich sein, den Asteriskus einzufügen und den Suchbegriff Sternchen, Impf, Sternchen und Pocken einzugeben. Der Asteriskus vor dem Wortstamm kann helfen, Begriffe zu finden, in denen der Wortbestandteil Impf auch in zusammengesetzten Begriffen vorkommt. Dadurch werden wieder mehr Ergebnisse erzielt, da auch Begriffe wie Impfung, Impfpflicht, Impfzwang, Impfstoff, Verimpft, Schutzimpfung, Nachimpfung und vieles mehr angezeigt wird. Du kannst auch mehr als zwei Begriffe mit Bullschen Operatoren abfragen. Wenn du beispielsweise nachvollziehen willst, was die Südtiroler Zeitungen über die Pockenimpfung von Edward Jenner schrieben, dann bietet sich der Suchbefehl »Sternchen, Impf, Sternchen, Entpocken, Entjänner« an. Dadurch erhältst du eine übersichtliche Anzahl von 39 Artikeln, die du wiederum verfeinern kannst, indem du den Zeitraum einschränkst. So kommst du beispielsweise zum Artikel »Impfen« aus der Zeitung »Volksbote« vom 19. März 1925, in dem die abgefragten Suchbegriffe gelb markiert sind. Wir haben nun beide Portale und deren Suchoptionen kennengelernt. Mit dem nächsten Video widmen wir uns einem neuen und außerordentlich wichtigen Thema, dem korrekten Zitieren von Onlinequellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017